Wo ist ein Bärchen hin? Ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht. Da ist er! Alter, 200 Sekunden vergangen, ernsthaft? Wie viel sind denn das? Dreieinhalb Minuten ungefähr. So lange roch ich es? Käftchen aufgemacht. Guck mal, du kriegst ganz viel Honig. Jetzt werde ich endlich meine. Was mache ich denn in der Zeit? Ich will hier nicht weggehen. Ich weiß, was ich mache. Wir haben zwar eine übelste Kack-Range. Echt Braten! Mann, geh doch mal aus dem Wasser raus, du sollst brennen! Und in den Arsch! Yes! Wow! Die kämpfen! Komm, ich will mal helfen! Ey, das ist so dämlich, wenn man auf den Bär warten muss! Na, zum Glück ist hier nicht die Kälte-Mod drauf oder die, ähm, 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 naja, die E-Mod, wo man auffrieren kann. Wie bei L-Craft. Nein! Nein! Bleibt hier! Der hat den ganzen Honig gefressen! Hier! Hier, noch mehr! Wie viel Leben habt ihr noch? 44! 71! 89! 26! Uuuuh, scheiße! Das war ein Fehler! Die haben eine übelste Range! Die Biester! Ach, komm! Komm, leck mich! Ne, das ist mir zu blöd! Die ganze Zeit auf die Viecher zu schießen! Äh, das kann raus! Das kann raus! Das kann raus! Das kann raus! Die können raus! Rottenflash, nehm ich mit, wird verkauft! Teddy, komm! Der hat schon wieder den ganzen Honig gefressen! 300 Sekunden noch! Frischst du Kartoffeln? Habe ich einen Fisch dabei? Nö! Frisst du das da? Nein! Frisst du das? Nö! Willst du ein Häschensüppchen? Auch nicht! Willst du eine Banane? Ich esse Eis! Ich könnte einen Bananasplit machen! Äh, ja! Da nicht! Hier! Rein! 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 Da hast du Honig! Das sieht so putzig aus! Und rechts geht überhaupt nicht bei dir! Cool! Oh Mann! Mann! Ich muss den dann als Jungtchen mit mir rumschleppen! Das ist auch nicht schön! Äh! Okay! Oh Mann! Oh Mann! Warum falle ich immer runter? Ich schwimme auch keine Schildkröten rum! Ähm! Das ist echt... Ich weiss nie! Das ist seltsam! Hier ist auch noch keine Quest weiter aufge... Ah ne! Hier! Ist auch noch keine weiter aufgeploppt! Was ist denn das? Das ist ne... Cute! Gibt es keinen Reinforcer davon! Okay! Rein! Bringt nix! Äh! Und... Ja! Die anderen Brücke... Die habe ich im Singleplayer schon getestet! Die bringen alle nix! Linear Case, Secondary Line Case... Radial Casing... Deployer... Mechanical Saw... Ja! Du kriegst wieder Honig da! Ah! Das werden wir heute auch noch gehen! Aber wir gehen nicht ins End! Wobei... Doch! Könnt man machen! Ich weiss noch nicht ob wir das schaffen mit dem Ender Drachen! 250 noch! Ja! Ungefähr noch 5 Minuten! Das verstehe ich nicht! Ich frage mich was hier noch aufploppt! Entweder hier noch was! Da noch was! Oder hier! Weil hier glaube ich eher weniger! Weil hier glaube ich eher weniger! Mobs! Wie sieht's denn aus? Boah! 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 ийn! Boah! Aber jetzt jedenfalls mit dem einem Dل Tdefels Queer! Boah! erst mal diese komischen roten Eier die waren es nicht, die hier Lobster Spawn sag mal Lobster was war denn das? ach das war sowas brauchen wir nicht, haben wir schon was war denn das andere für ein Ei was wir kriegen schimmelgrün mit braun da Crocodile Spawn ach du sch... auf mich zu hauen braun ekelgrün braun kreulig ungefähr Revenger glaub ich nicht äh das hatten wir gerade angeguckt das hier müsste das sein Komodo Dragon Spawn Egg holy Ancient Debris Ancient Debris Ancient Debris Ancient Debris Diamanten braucht man nicht braucht man nicht braucht man nicht den könnte man gebrauchen ja den auch keine Ahnung was das ist keine Ahnung was das ist wie lange denn noch zwei Minuten ich muss oh was fordern so ich hab da wirklich ne Fackel gesetzt na den müssen wir uns kufen der kostet ne Mille das kriegt man nett zusammen aber das haben wir gleich abgeschlossen wenn das so weiter geht ich will dann auf dem reiten es wird Spaß werden den nach Hause zu bringen ich muss die Mops hier klatschen die Nerven kein Fetti in Sicht aber da kommt der nächste auf Speed Alter 61 Scherzen kann ich mir nicht irgendwo die Difficulty anzeigen lassen schade schade Schokolade so der erste oh Herz zum verkaufen da kommt der nächste dann wählst du mich wie viel Leben hast du 63 geh mal weg geh mal weg Mann ich muss zu meinem Teddy was ist kontraproduktiv mit euch hier so hey was hat der hat ein Herz fallen lassen hey man ihr nervt gerade nein 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 du kriegst Schaden du gehörst mir nice ich schade noch Bärchen beschützt mich ich würde den Kitz mitnehmen au sag mal der hat mich angegriffen und du machst nichts das ist eine bestimmte Frau so ja heil dich erstmal das kommt mit das kommt mit das kommt mit das kommt mit ja ich kann nicht nein ich habe die Quest auch nicht bekommen scheiße der war von Tame erwachsen ach nö ich muss wieder Dings farben Honig boah das ist jetzt mal richtiger Abfuck äh oh scheiße äh warte mal Munition kann ich alles hier behalten hier kommt man alle da rein bitte danke hier kommt nach da vorne so du bleibst hier warte mal du auch oh das ist ja scheiße ey kurz vorm Tame Ende man ey das ist echt mies äh warum steht da ne Fackel so items so wie viel haben wir drinne 5000 ja gut oder braucht der einen Sattel ich kann mich damit slash back zurück tippen das ist nicht das problem warum habe ich die kommibärchen rausgenommen ach der kostet äh leute äh 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 alles klar ich verstehe null der sieht doch nicht schön aus um ehrlich zu sein oh Gott so Bärchen da bist er ist der schnell wie viel 165 scherz wirst du mich verarschen wo ist denn der mit dem Zahnsteuer holy shit jetzt wieder Zombieparty angesagt du mit dem Zahnsteuer alter haben die viel Leben zum Glück könnt ihr nur klettern oh Gott das wird mal lange dauern bis die ja weg sind ach es gibt mir das darf zum verkaufen schön man 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 ich will doch nur gucken ob ich auch noch ein Teddy reiten kann aber es werden weniger das ist immer noch dieser blubber Heinz mit über 100 Lähm ey der hat immer 163 warum oh mein Gott 62 nur noch schön ja zeig mir doch mal die difficulty an wie die ist ey 50 schläbe du go ah ah oh oami der will mich essen ne so Warum kann ich auf die nicht reiten? War das echt zu schnell? Hä? Der kann... Ich hab dich als Baby gefüttert! Ich hab dich als Baby gefüttert! Du musstest kurz vorher groß werden! Dann greifst du mich ernsthaft an! Ich glaub, ich hab... Hacks! Also, nö! Einfach nö! Allexakt, nein! Nö! 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 Nicht mit mir! Das kommt alles mit! Das kommt mit! Das kommt mit! Das kommt mit! Das kommt mit! Die kann man auch verkaufen! Das! 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 So! So! Ähm... Erstmal wieder alles raus! Außer den Honig! So! Verkaufen! Yo! Äh... Money! Eisen da Karotten da Das craften wir später alles zusammen Das hier Das hier Ich will wissen, wie hoch die Difficulty jetzt momentan ist Äh, lass mich raus Megatorch Wie viel? Wie viel? Das sind 80.000 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh mein Gott Tut das gerade weh Das tut gerade echt weh Ja, das braucht nur Lobob Sachen Ach komm, ey Wo ist mein Glas? Ah, da können wir mal noch das neue Crafting Dinger machen Das hat ein bisschen mehr Speed jetzt drauf Ah, Moment Da war ja was Da war ja was Ich brauch Zahnräder Äh, Zahnräder Da So Oh, es geht schneller auf jeden Fall Nice So muss es sein Das müsste ich tatsächlich noch ein bisschen antreiben Hier Was tut man nicht alles für die Quests Die stelle ich dann oben aufs Dach Äh So war das So, so Ich hab nichts zum Hochstecken So 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 Nein, das nicht So 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 wie komme ich jetzt aufs dach wie komme ich jetzt auf die schnelle aufs dach ich nehme einfach ein glas mit 80 prozent optional 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 bis hierhin okay das ist alles optional das müssen wir nicht machen ich muss also noch tantenzombies weg klatschen wir müssen hier noch hin hier muss noch irgendwas auftauchen hier müssen wir auch noch was machen und das da und das ist jetzt die frage munition kann man kraft das ist schon mal nice wo sind denn meine waffen du brauchst basic bullet okay ich nehme mit wirst du doch mal ich will die vorher verzaubern ich habe haufen level leichtgewicht quick hands da war doch noch irgendwas hier haben wir noch mal was hatten das drauf quick hands 2 okay war das das hier von welcher mod war das noch mal irgendwas mit mister oder nein ja mister genau mister hier sind die verzauberungsbücher quick hands trigger finger okay also quick hands brauche ich nicht mehr leichtgewicht gewicht hammer drauf kollateral hammer hier aber kapazie okay haben wir das hier drin return board okay scheint nicht was was ist denn das das interessiert mich halt auch okay firestarter buckturing hat man das hier nicht auch das da mal ein ganz so so wow wow nix davon brauche ich wir machen erst mal das hier kollateral geht nicht drauf okay ich glaube das kommt auf die schuhe ich kann das nicht mehr aber leck mich am arsch stimmt da war ja was stimmt da war ja was äh overcupert sie hier genau kriege ich das vielleicht nochmal irgendwie wäre nice bis wohin ging das denn bis drei nein was hab ich jetzt oh shit oh fuck ey ich würd's nicht alle level hier reinstecken gut ne hat sich erledigt mehr machen wir nicht ähm bookturing hat man doch hier da haben wir noch eins und ich hatte hier wieder jetzt reingeschmissen wenn mich nicht alles täuscht hier hier bookturing bookturing weg damit weg damit weg 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 bookturing 3 bookturing 3 overcupert sie passt nicht warum da ist irgendeine verzauberung drauf okay ähm ich bin full basic basic bullets hier aus gunpowder und iron sheets wie viel gunpowder haben wir denn ja wie viel iron sheets haben wir noch wow genau eisen eisen da einmal 7 einmal 8 okay Stanze. Klatsch. Danke. Sag mal. So. Haben wir nochmal 48 Stück. Die werden wir nämlich brauchen. Die werden wir nicht nutzen. Die macht 13,5 Damage. Die macht. 3 Damage. Was? Da sind die Pistole noch besser. Da würde ich tatsächlich eher die Sniper nehmen. Als wie die. Die Pistole und die Sniper. Boah. Das sieht man sogar hier. Geil. Du machst 4 Damage. Du bist ja die Shotgun. Dich hab ich schon drin. Die Heavy Sniper. Dich will ich nicht. Machine Pistole. 1,12 Damage. Ne. Ganz ehrlich. Dann nehme ich doch. 9 Damage. Die. Und die. Ist doch viel besser. Wasser. Genau. Das nehmen wir in die Hand. Damit wir mal ein bisschen Spaß noch haben. Und wir snacken erst mal was. Ich hab's geschafft. Die Sonne. Geht die gerade auf oder unter? Ich glaub die geht unter. Dann schlafen wir nachher nochmal. Honig. 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 Ich krieg immer noch ein Stück. Das gefällt mir. Aber das mit dem Bären kotzt mich ein bisschen an. Das ärgert mich. Ich sollte vielleicht eventuell. so ein Teil mitnehmen. Da. Kann man den Strahl eigentlich verändern. Wenn man da einen Glasblock drauf setzt. Ich hebe mich von der Masse ab. Och ne. Warte mal. Lass dir die Mega Torch. Scheiße. Jetzt muss ich das von unten abbauen. Ach. Alles klar. So. So. Ey. Wo hast du? Gut. Es sind noch 20 Minuten. Ich mach mich auf jeden Fall schon mal auf den Weg dahin. Wo haben wir denn acht Stück? Wir bräuchten ein, zwei, drei, vier, 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 sechs, sieben, acht, neun, zehn, auf zwölf Stück. Das kriegt mal hin. Das kriegt mal hin. Ich muss wieder traden. So. Äh, hier. Eins reicht. Ne, ich brauch doch zwei. Lol. So. Äh, so. Haben wir noch irgendwas Spezielles an. Ich nehm den hier vorsichtshalber auch mal mit. Vorsichtshalber. Äh, hab ich sonst noch irgendwas? Ne. Das war ja zum Villator Tame. Ein paar Blöcke nehm ich mal noch vorsichtshalber mit. Essen, Hammer. Genau. Yo. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Endportal. Wie weit ist das denn weg? 1.300. Ja, kriegt mal hin. Das sollte easy sein, da hinzukommen. Aber den Wassertempel kann ich schon mal wegmachen hier. Blaze Spawner könnte ich auch wegmachen. Ich hab genug Blaze Spawns. Den Rest farm ich im Nähdach. Die Spawner komischerweise auch. Ähm. Mir fällt auf, in die Richtung der Stadt war ich noch nie unterwegs. Auch wenn... Ne, Darko müsste hier gewesen sein. Die Knochenblöcke sagen mir nämlich gar nichts. Ah, okay. Stimmt, ich hätte das Kupfer mitgenommen überall. Obwohl ich hier schon aufgedeckt hab. Naja. Äh. Dööö. 900 noch. Die muss bald mal repariert werden. Keine Lust, dass die verschwindet. Du bist nicht so ein Hummingbird, oder? Du bist einfach nur ein Kräher. Schildkröten? Natürlich nicht. Warum sollte da ich auch jetzt Glück haben? Ich muss mal gucken. Ne, Darko ist noch nicht aufs Zau. Nicht, dass ich den verpasse. Mann, hier sind aber okay, die Schildkröten. Oh, das kotzt mich an. Nicht mal ein Hai ist hier. Oder noch Rochen. Ich verstehe das einfach nicht. Wie soll man die Quest erledigen, wenn die Tiere nicht spawnen? Nee, ich verstehe das echt nicht. Ich verstehe das echt nicht. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ne, da muss ich mal mit der Akku reden. Wie soll man das mit den Quests machen? Da muss ich mal mit der Akku reden. Äh, was zu futtern. Mann. 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 Oh, Kisse. 300 Blöcke noch. Ich krieg schon mal gebacken. Also keine Jungle, die ist Ah, okay Ja Genau, genau, genau So, bei den Koordinaten ging die Enderperle einfach nur noch nach unten Das heißt ja, dass dann dort rein theoretisch das Portal sein muss Was ist denn Leute, Kiste frei Leer Reicht das? Ähm LOL Das habe ich gar nicht gesehen, das ist... Ja, alles klappt Gut Ja Brauche ich noch ein paar Torches Äh Äh, als erstes links rum Nee Okay Okay Warmer Ah, ist noch ein Spinnenspawner, da passiert nichts Brauche ich alles nicht Brauche ich alles nicht Das brauche ich auch nicht Da Da blubberts Nee Da gehe ich schnetten Noch nicht Okay Okay, da gehen wir gleich rein Da ist das Portal Okay Straddle Jump Was, nehmen wir mal alles mit hier Sonst die nächste Kiste müsste oben sein Rein theoretisch sind hier immer zwei Kisten Hier ist mal eine Okay So Da ging es nicht weiter Wir hatten aber noch eine Abzweigung Und da ging es noch runter Da blubberts drinnen So Können wir auch Ähm Uns hier Durchschmogeln Okay Sackgasse Dann bleibt jetzt hier noch der Gang nach unten Wo hat es geblubbert Oder Ist der runter geplumpst Das wäre natürlich am besten Natürlich geht es weiter runter Und es geht noch weiter Oder willst du mich Nee 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 Scheiße Scheiße Ne, ich und Jump Und anders wird nichts mehr in diesem Leben Oh, hier ist ein Min- Oh, hier ist ein Min-Schacht Hier ist einfach ein Min-Schacht Den will ich jetzt aber nicht durchlooten So, ähm, nein Nein, ihr lasst mich bitte alle in Ruhe Da gehe ich nicht weiter Äh, von hier sind wir mal gekommen Hier hinten war man noch nicht Wow Wow Stopp Stopp Jetzt Äh, wie weit geht denn das hier noch Okay, hier ist nix mehr Da ist nix mehr Hier auch nicht Da auch nicht Äh, hier auch nicht Hier hinten Nichts 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 Gott Müssten wir jetzt eigentlich das ganze Ding erkundet haben Wenn ich so oben auf die Map gucke Das andere ist ja der Min-Schacht Hier ist die zweite Bücherei Und ich hab den Zombie gesehen Zwei und achtzig Leben Äh Komm, deinen Kill hole ich mir Ja, so Ah Ähm, Entschuldigung Aber das Vieh Kam und vor Um die Ecke Hier geht's doch weiter Was Die Kiste hole ich mir gleich Oh, willst du mich Hi Irmgard Wie geht's dir Äh Bevor du da rauskommst So Damit hier keiner heimlich hochkommt Ah ja Ah ja Aha Interessant, interessant Okay Ja Voll die spannenden Räume sind das hier War ich hier schon? Da war ich schon Ey, geht's weiter runter Ernsthaft Sag mal, sind die Räume jetzt hier drinnen Alle so, dass einfach Oh, wo ist meine Fackel? Dass einmal Nix mehr da drinnen passiert Weil dann kann ich auch Aufhören hier drinnen rumzurennen Ah, okay Wir sind doch noch nicht fertig Mit der Festung Ah Ah Wow Bitte was? Jetzt sind wir fertig Da ist auch nix Da war nix Hi Freunde Geh weg Tür Okay Oh, ich klatsche Ich bin mit dem Schwert Das ist easy Au Au Ich bin schwer Die nächsten Hörer Sag mal Lass dich hitten Hä? Wo? Stopp mal Vor mir bist du Okay Komm Du musst dich gar nicht verstecken Hier Alter Bis der da ist Kann ich die Waffen Zehnmal nachladen Komm So Äh Was futtern hier? Ich habe keine Lust Ich habe keine Lust jetzt In die Nähe vom Zombie-Geräusch zu gehen Schöner Raum Ja, okay Noch ein schöner Raum Die werden immer besser Wow Hi Ja, der hat nur schön so viel Leer gemacht Ja, das musste jetzt einfach sein Oh, Zombie hat er bleibt Das sieht lustig aus Ich habe die Fakle immer noch Der auch fällt Aber leid nach Geil Äh Wo kommst denn du her? So Interessanter Raum Ja, ja, ja Gut Schön Ja Äh Bin ich nicht von hier gekommen? Anscheinend nicht Aber ich habe immer dieselben Räume hier Irgendwie Das ist Ja 25 Eisendür Leck mich doch, ey Die nehme ich schnell mit Hm Von hier war mal, glaube ich, gekommen Hier geht es immer noch weiter Da scheint nichts Interessantes mehr zu sein Hier ist noch eine Kiste Und wir haben ja noch oben eine Kiste gehabt Ganz ehrlich, scheiß treu ich jetzt auf den Rest hier Äh Ne Da gehe ich nicht mehr lang Wo war jetzt das Äh, das Portal Ich wollte schon sagen Der Spawner Hier ist noch eine Kiste Da haben wir noch nie reingelunzt So Ja Hier drüben war es Hier hat man Nö Exakt Nein So 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 Ganz kurz F7 Hier Hier noch eine Da noch eine Da noch eine Und natürlich da Ähm Alles in dem Backpack Was ich jetzt nicht brauche Alles raus Was ich brauche Äh Ob man den einfangen kann Den Enderdrachen Boah, das wäre geil So Die brauche ich nicht Die brauche ich nicht Das werde ich brauchen Die Blöcke werde ich brauchen Questbuch Brauche ich erstmal überhaupt nicht Das Animalbuch brauche ich auch nicht Gut Backpack hier rein Hier rein Blöcke Äh, dahin Bullets nach hier unten Das kommt dahin So So Das Portal Hätten wir an Das hätten wir Aber da gehen wir noch nicht rein Denn ich mache ein gutes Päuschen Und bis gleich Rockstar Dance Until I drop My life is a party My home is the club Must exist to dance Nobody never stops 疫 elevation Siri Da Ah Und .? Für Alles Ich